Moin und willkommen bei Kradwerk Pfalz. Heute zeigen wir euch wie wir einen Reifen an einer Zündab GTS 50 wechseln, allerdings in Echtzeit fast ohne Schnitt. Rausgeschnitten wurden nur, was nichts mit der Durchführung zu tun hatte. Natürlich funktioniert das Wechseln bei einem anderen Modell auch von einem anderen Hersteller genauso, solange ein Schlauch verbaut ist. Der neue Reifen ist von Heidenau und manche beschweren sich ja wie hart diese Reifen wären und wie unmöglich aufzuziehen. Vielleicht kann ich euch mit diesem Video vom Gegenteil überzeugen. Damit jetzt aber genug von meiner Seite und viel Spaß beim Video. Wir sensible sind und kончatlich, dannîn Sie eine gute Frage. Will ich mich nicht machen? Rule shows auf 물 e 말� sig 옳 Yup! Achtung! 1,2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 3,5 mm 1,5 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 mm Das war's für heute. Soll ich jetzt noch ein bisschen wasser, wenn ich jetzt noch ein bisschen wasser. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 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 Wie man eine Kette richtig spannt, zeigen wir euch mal in einem anderen Video. Bis dahin hoffe ich, euch hat das Video gefallen und weitergeholfen. Lasst einen Daumen, ein Abo und ein Kommentar hier. Bis zum nächsten Mal bei Gratwerk Pfalz. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2019 Untertitelung des ZDF, 2020